Hier lebe ich ab dem 1.7. wieder. Die freuen sich ihres Lebens. Wenn ihr den Grund wissen wollt, der ist hier. Freue mich aber echt drauf. Meine Wohnung ist gekündigt und so eine Zeit zu Mama, die freuen sich. Ich habe ehrlich gesagt auch mega Bock drauf. Du kaufst doch kein Haus und bezahlst nebenbei noch Miete für so eine riesen Wohnung. Das lohnt sich einfach gar nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen vernünftig denken und da gehe ich lieber zu Mama, als Geld aus dem Fenster zu schmeißen, dafür, dass ich eine zu große Wohnung habe. Ja. Ja. Ja.